Guten Morgen, liebe Zuschauer. Zum DAX-Check heute am Freitag. Der DAX hat sich ja ein zusätzliches Polster als Abstand zur wichtigen 15.000-Punkte-Marke geschaffen. Wir sind gestern bei 15.250 Zählern aus dem Handel gegangen. Offensichtlich gibt es unter 15.000 oder in dem Bereich genügend Käufer, die einfach mal auf günstige Kurse warten. Und es war nach dem Umkehrsignal, das wir eben am Tag davor gesehen hatten, eben jetzt die Bestätigung, dass diese Unterstützung im Bereich von 15.000 Punkten doch zumindest mal jetzt halten sollte. Die Indikationen sehen Kurse um 15.230 etwa vor, werden wir auch gleich sehen. Wichtig war jetzt, dass wir hier diese kleine Hürde da gemeistert haben und jetzt dadurch Anschlusspotenzial, wenn wir auch hier über die 15.3 gehen, bis 15.500 haben. Das Ganze hängt natürlich auch davon ab, was heute Nachmittag in Amerika passiert. Da gibt es neue Arbeitslosendaten, die, wenn zu schlecht ausfallen, auch nicht prickeln. Wenn sie zu gut ausfallen, könnte die Tapering-Angst wieder steigen. Und wie gesagt, wenn sie zu schlecht ausfallen, können schon wieder Konjunktursäugen auftreten. Also irgendwo da in der Mitte wäre vielleicht für die Börsen am besten, damit es eben weiter nach oben geht. Wir schauen mal auf die Börse, was uns da angeboten wird. Noch keine neuen Kurse. Deswegen schauen wir vielleicht nochmal auf den DAX. Wie gesagt, 15.000 Punkte Marken haben wir eine sehr massive Unterstützung jetzt ausgebildet. Natürlich auch im Bereich mittlerweile von 14.818. Da waren wir zuletzt gewesen. Hier waren wir, glaube ich, noch zwei Pünktchen tiefer. Also das wäre quasi die Not oder die letzte Passion, bevor wir dann wirklich weiter nach unten absacken könnten. Wichtig, wie gesagt, wäre jetzt ein Anstieg in den Bereich 15.500. Auch hier ganz viele Auflagepunkte in den letzten Monaten. Das wäre sogar eine Art Befreiungsschlag, würde ich sagen. Wenn wir diese Hürde nehmen, dann hätten wir die Lust oder Platz bis 16.000. Jetzt haben wir die ersten Kurse also unverändert. Ich glaube auch nicht, dass wir bis heute Nachmittag jetzt ganz viel Veränderung sehen werden. Aber die Tendenz, die Stimmung ist auf jeden Fall schon mal wieder deutlich besser, nachdem wir vor zwei Tagen ja schon mehr oder weniger eine Untergangsstimmung hatten. Wir halten uns noch zurück, gerade vor den Arbeitsmarktdaten. Und ja, ich freue mich einfach aufs Wiedersehen am Montag. Schönes Wochenende. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.